Die Zwangsarbeit im Nationalsozialismus war ein öffentliches Verbrechen, begangen an 13 Millionen Männern, Frauen und Kindern, die aus allen Teilen Europas nach Deutschland verschleppt wurden. Allein rund um den Walpersberg mussten im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges 12.000 Menschen Zwangsarbeit leisten. Untergebracht waren sie improvisiert in Baracken und in eilig errichteten Zeltlagern. Die hygienischen Bedingungen in diesen Lagern waren katastrophal, Tausende starben an den Folgen von Krankheiten, Hunger und auszehrender Zwangsarbeit. Nach Jahrzehnten der Verdrängung wird heute an vielen Orten in Deutschland an die Opfer von Zwangsarbeit und Verfolgung im Nationalsozialismus erinnert. Wichtig ist, dass die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen dort stattfinden, wo diese Verbrechen begangen wurden. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte darf deshalb nicht nur an große Gedenkstätten wie Buchenwald, Dachau oder Bergen-Belsen delegiert werden. Und sie muss eingebunden sein in ihre Umgebungsgesellschaft. Beides geschieht am Walpersberg vorbildlich. Dort kümmern sich Menschen zivilgesellschaftlich mit großem Engagement um die historischen Orte von Zwangsarbeit und Lagern. Sie sorgen dafür, dass die Orte nicht vergessen werden und dass historische Spuren erhalten bleiben. Damit tragen sie ganz maßgeblich zur geschichtsbewussten Wachsamkeit bei. Insbesondere auch gegenüber allen Versuchen, das Rad der Geschichte mit rassistischer oder antisemitischer Hetze oder auch mit Leugnung der NS-Verbrechen zurückzudrehen. Diesem zivilgesellschaftlichen Engagement gilt großer Dank und große Anerkennung.